willkommen zurück zu super mario wonder da müssen wir noch mal rein den secret exit suchen schau mal wo der ist einmal nicht direkt am anfang in der mitte irgendwo vielleicht ja in der blume haben wir ja schon gefunden da ist nichts oder nein aber hier oben auch nicht oder ja wir schauen mal okay das noch ein bohrpilz warum nicht hier ist auch nichts oder nein okay so ein bisschen schlecht jetzt hatte bohrpilz er bocke hier ist das beim ersten mal nicht gesehen da ist ein weg und was ist jetzt da ist ja gleich da oben was kommt jetzt wie das war ja nur der oder ja ja okay da achtet man halt beim ersten mal nicht drauf jetzt wo ich genauer drauf schaue kann man schon sehen wird einmal aber auch nicht angezeigt nur ein ja warum nicht ja okay okay nie okay ja warte ja sehr gut ne ja jetzt okay gibt's gibt's aber auch 10er münzen okay okay ja da gibt's viele verschiedene wege okay hopp komm ja komm nein ja komm komm nein nein äh jetzt ja ja sehr gut okay äh gut komm komm ja ok jetzt nö ja 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 nö nein 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 Nochmal. Komm. Komm. Nein. Ah. Nochmal. Die sind echt nervig. Man weiß, ich bin ja in die falsche Richtung auch noch dritt. Nein. Wenn mich der abgeprallt hat. Das ist natürlich nicht gespeichert. Komm. Ja. Ja. Komm. Ach komm. Versucht er die 10er Münze zu bekommen? Das geht ja irgendwie schon. Nein. Okay. Dann spare ich mir das da hinten. Komm. Ja. Okay. Einfach ins Ziel. Aber dann fehlt mir ja immer noch was. Dann fehlt mir ja immer noch was. Das war ja nicht alles. Das habe ich. Oben gibt es ja. Keinen anderen Weg. Und dafür gibt es ja keine. Oder muss ich zuerst das hier machen. Wäre jetzt nicht meine erste Option, aber da habe ich die. Da auch. Und runter. Ja. Da haben wir es auch. Da hinten ist noch ein Level, oder? Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Secret sein kann. Aber okay. Vielleicht gleich hier oben. Das war mir schon am Anfang verdächtigt. Nö. Ja, da sind irgendwelche Wolken da oben. Ich weiß halt leider nicht, wie ich da hochkomme. Ja, da. Nein. Ja, wie komme ich da hoch? Ah. Okay. Aber das kann es ja nicht sein, vom Secret her. Das war nur ein One-Up. Ja, okay. Aber mehr war es ja nicht. Das ist der Elefant. Es muss hier ja was geben. Nee. Hä? Hä? Ist hier... Ja, hier ist was drin. Komm ich da hoch. Nee, nur München. Okay. Und da runter? Nein. Okay. Ja. Einmal noch. Frage ist, komm ich da rein. Ja. München. Warte, komm her. Nee. Warte. Hopp. 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 Ja. Doch, da ist was. Doch, da ist was. Alles, wie komme ich da hoch? Hä? 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 Ja, ich kann da eh hoch. Okay. Aha. Ja? Hä? Ja. Wohin? Hä? Wie random. Das ist jetzt eine Silhouetten-Passage. Okay. Ja. Hopp, komm. Ja. 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 Okay. Das war anders, Randy. Einfach durch Zufall gefunden, weil ich da nach oben gegangen bin. Ja. Der war echt schwer. Ich denke mir so, warum muss ich jetzt wieder zurück? Dann öffnet mir der da eine Tür. Okay. Aber dann habe ich immer nur 24. Oder? Naja. Komm. Ja. So. Warte. Mitnehmen. Oh. Oh. Okay. Komm. Ja. 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 Elefant. Ja. Ach. Das war's schon. Okay. Ja. Was gibt's hier sonst noch? Nichts? Ja. Okay. Gerne. Das war's. Nee. Ja. 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 Und jetzt können wir auch da hin. Chatantrieb. Profitest. Hä? Was? Ich versteh das Abzeichen nicht. Nicht Sonic oder was? Hä? Was muss ich machen? Hä? Nee. Ich kann es doch nicht. So da. Wie viel später muss ich denn da springen? Let's go. Einfach da, wo es dir anzeigt. Okay. Ja. Und dann geht es nicht mehr, wenn man einen Millimeter daneben ist. Okay. Ja. Interessant. Ja. Ja. Let's go. Hä? Hä? Ich versteh diese Stelle nicht. Aber okay. Muss ich ja auch nicht verstehen. Hä? Okay. Hä? Was? Was muss man hier machen? Das hier ja. Warum soll ich das drehen? Ich komme ja nie so hoch. Hä? Hopp. Ja. 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 Komm. Egal. Dann nochmal. Was muss ich denn da hinten machen? Ich komme da nicht so hoch. Ja. Ja. Let's go. Und so. Nee. Ja. Ach nee. Warte nochmal. Ja. Ja. Ich versuch's nochmal. Ja. Schade. Ja egal. Passt schon so. Wo kommt denn jetzt? Okay. Nö. Ja. Okay. Wohin? Hä? Dann komme ich nicht an die Zehnermünze ran. Ah ja. Passt schon so. Ungefähr. Okay. Haben wir das auch. Dann hätten wir eigentlich alles geschafft. Was? Das sind noch mehr solche Abzeichen. Ja. Machen wir einfach. Machen wir mal. Da schaltet man ja gleich eine ganze Menge an Level frei. Ich mag dieses Abzeichen nicht. Ja. Wo war ich denn? Ja. Bro. Ja. Wo soll ich sehen wo ich bin? Ja. Woher sehe ich denn das? Ja. Ich komme ja nicht mal da hoch. Ich komme da nicht mal hoch. Was ist das? Was ist das? Ja. Nee. Geht nicht. Dann kann ich ja dann die weiteren auch nicht machen. Ja. Wart noch. Jetzt. Komm. Ja. Komm. Das darf nicht wahr sein. Wurzt du dich? Ja. Ja. Genau. Man sieht ihn halt nicht. Deswegen werde ich dieses Abzeichen auch nie nutzen. Ja. Egal. Checkpoint. Ja. Och ne. Ja. 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 Komm weiter. Ja komm. Okay. Die 10er Münzen sind mir hier eigentlich egal. Ich komme da durch. Okay. Das mag ich halt nicht, das Abzeichen. Aber okay. Man sieht halt nicht, wo man ist. Warte mal da jetzt. Sprungfehler. Sprungfehler. Okay. Ja. Nee. Das ist auch schwierig. Ja. Ja, toll. Ja. Ja. Nee. Ja, natürlich, aber... Nee, er hat's nicht genommen. Ja. Hä, ich check's nicht, wie ich da rüberkomme. So, mit da den Pilz nehmen. Und da muss ich mit Schwung irgendwie das hier mitnehmen. Ja. Komm. Wie? Es ist wieder... Ja. Aber wie denn? Sagen wir hier die Münzen durch? Neeein. Auf paar Millimeter. Ja. 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 Okay. Einfach am Checkpoint vorbei. Ja, ja, warum nicht? Ja. 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 Nimm doch. Ja. Ja. Nein. Wenn man einen hat, geht's eh. Wenn man den anderen nicht hat, kann man nicht mal das hier machen. Ja, da habe ich abbremsen müssen. Nein. Ah. Nee. Toll. Toll. Ja, ein paar Millimeter. Das waren wieder ein paar Millimeter. Aber ich musste so blöd Y auch noch drücken. Und dann die B-Taste, dass ich da rüberkomme. Vielleicht geht es auch anders, das weiß ich nicht. Es ist halt nervig. Weil du halt mit dem gleichen Finger B und Y drückst. Ja, ja. Immer diese 1, 2 Millimeter. Ja. Ja. Oh, jetzt geht es nach unten. Aber es ist eigentlich ganz nett gemacht. Ja. Hopp. Ja, zu weit. Hä? Okay. Ja, zu weit. Zu niedrig. Also nicht zu niedrig. Es geht ja nach unten, aber nicht weit genug. Nein. Ah, ja. Ja. Nee, man muss wirklich auch Y drücken. Ja. 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 Interessant. Komm, ja. Ja. Nein. Jetzt, ja. Ob. Alle. Alle. Ja. 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 Ja, komm. Sehr gut. Boah, jetzt. Ah, was ist denn das jetzt? Nee, das ist das Ziel. Okay, wenn wir das haben, haben wir es. Ich. Ich darf halt hier auch keinen Schwung rausnehmen. War zu niedrig. Ja, man muss Y halt halten. Wenn man sonst den Schwung nicht dafür kriegt. Das war ein gutes Abzeichen-Level. Geht halt nur echt in den Finger rein. Weil ich halt Y und B mit einem mach. Also mit zwei halt bisschen blöd ist. Geht's noch weiter? Geht's noch weiter? Spezial-Welt. Das wollte ich ja. Ein anderes mal machen. Ähm. Warte. Gut, leider. Ich hoffe. Hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rot-Schlumpf. Macht's gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020